Jetzt kommt zweimal Klaus Schulze Musik hinter der Nacht Also zwei Ecks, auf die ich mich natürlich ganz besonders freue insbesondere natürlich jetzt gleich auf die Weltpremiere Wir haben aus unseren ersten französischen Gaston auf der Partys Sequenzia Legenda Ich habe jetzt schon drei Alben rausgebracht Die jüngste als Doppel-CD gerade erschienen, Extended Und was ist der neue? Nein, ein Schlagzeuger ist auch mit dabei Thomas Tommy Betzler Nebenberuflich natürlich unser Chefkopf hier auf der Party Wollte ich noch dazu sagen Super lecker Essen So, ich wollte hier eine kleine französische Ansage machen Die mir natürlich jetzt gänzlich misslingt Ich versuch's mal trotzdem Ich versuch's mal, wir wollen gut kuchen Ja, wir wollen gut Das ist klar Auf meine Seite möchte ich ganz ehrlich sagen, dass ich zufrieden bin, wirklich hier zu sein, sehr glücklich Und es ist eine große Ehre, dass Tommy akzeptiert hat, mir zu assistieren Assistieren Genau, vielen Dank Also ich wünsche euch eine gute Zeit mit der Musik und ich gebe euch alle ein So, jetzt freuen wir uns auf Sequenzia Legenda Vielen Dank Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018